Jungs, guckt euch das an, guckt euch die Lobby an, ich weiß, woher die YouTuber ihr ganzes Gameplay haben, Digger. Ich werde neuer Gameplay-Master, Junge. Jede Runde Juggernaut, Alter. Äh, ja, halt. Ich schieße. Ich schieße. Gameplay-Master, Junge. Ich dachte, mein Barfeiter. Ich versuch den Spawn zu blocken. Oh mein Gott, das war so schnell. Ah, der hat verhaftet. Oh mein Gott, das war so schnell. Oh mein Gott!